Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Geburtstag von Denise K.P. Der 30. Geburtstag. Das ist absolutes Regenwetter. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Frühstück gegessen. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Eine Kleinigkeit zum Frühstück. Ein paar Ballons habe ich angehangen. Ein Fruchtreis habe ich angehangen. Eine Magnumflasche Chardonnay habe ich nicht. Und wir bereiten heute ein paar Sachen noch vor. Und dann geht es nachher zur Party und so ein paar Sachen will ich euch einfach zeigen. Nehmt euch mit. Wird bestimmt spaßig. Also viel Spaß bei dem Video. Jo! Danke, Schatz! Danke, 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 Danke! Was ist das? Das geht nicht! Ja, also wirklich ey. Happy Birthday! Ja, grazie. Wie sie schön braun auch. Ja, krass braun. Ja, geil. Ist okay, du bist im 30er Club, jetzt kannst du dich ab sofort gehen lassen. Ach man, hört auf. 30 ist das neue 20. Genau. Da war dann bis du in den Club kommst. Ja, dauert noch. Ja, dann dauert echt noch. Ich wollte gerade sagen, der Karton kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein! Gestern, gestern, ungelogen drei Stunden gebraucht. Oma! Oma gleich zurück. Meine Oma. Oma wieder. Dass wir uns im irren Haus kennengelernt haben. Auch noch nicht all deine Wünsche für einen Happy Birthday! Gracias! De nada! Mi amor! De nada! Mi amor! Ja, ab 30 braucht man dann sowas, wa? Kosmetik. Das braucht man auch vor 30. Den komm ich nicht. Jaaa! Lut! Ach guck mal hier! Lut! Lut! Das ist ein Luftstäbchen. Für euer Zuhause, damit ihr es weiter sucht. Ich danke euch sehr, meine hübschen. So. Hier ist übrigens der Laden, wo wir die erste Torte holen. Also wer da Interesse hat, sich mal eine Torte herrichten zu lassen. Die sehen ja mega aus. Das war genau Denise ihr Ding. Jetzt den Torten, überlegt euch das mal, ja? Mega krass. Und da kommt sie auch schon. Die Strafe? Mmmmmm. Hoffentlich kriegen wir die sicher ans Ziel. Ist besser so ein Pappkarton, ja? Ja. Ja. Also die ist leider ein bisschen niedrig. Aber so. Gut verstaut. Muss ich vorsichtig fahren. Super, dankeschön. Da wird sie sich auf jeden Fall freuen. Ja, sie hat schon ein Foto bekommen. Echt lecker. Ist das auch eine Torte hier? Eine Fake-Torte. Achso, eine Fake-Torte. Mh. 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 Okay, das ist die Torte, die Denise gesehen hat. Auf Grundlage dieser Torte hat sie sich ihre machen lassen. Mh. Da drin beißen. Mega lecker. Lottas Torten. Genau. Sehr, sehr geil. Tja, Vicky. Was hast du eigentlich gesehen? Bis nachher. Bis nachher. Sah so krass aus? Ja. Lecker auf jeden Fall. Also ich trau mich die ja nicht zu essen, weil die so gut aussieht. Na dann essen war sie nicht, dann ist sie nur Deko. Ja, nur Deko. 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 Soll ich dir helfen? Tür aufmachen? Deko, das will mir denn YouTube machen. Sei mal Gentleman. Ah, kenn ich nicht. Oh Gott. Du musst nicht schwanger sein, ne? Alter Scheiße. Mhass. Oh Gott. Nein. Anschnallen? Ja, warte. Die ist bestimmt schon kaputt, die haben. Soll ich dir hier? Geht ihr hierher nicht hier, ey. Ah, die Tasche ist schwerer jetzt. Nee, vorne, links. Warte, dann soll ich dir helfen. Angeschnallt? Die ist hinten rechts drinnen. Nee, die ist hier. Alle, die gut. Die ist hier. Wenn sie die zieht. Oh Gott. So ist gut. Danke. Jetzt sind wir in der Location im Jagdhaus. Und was sagst du? Mega. Das ist doch mega, oder? Mega schön. Ja, und wir haben von Mr. Party die tollen Buchstaben gestellt bekommen. Und die Luftballons. Und die Luftballons, ja. Mega, mega. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie ihr Blick sein wird. Ich fand, ich find's mega. Wertet, wertet das mega auf. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Ich weiße. Und ihr noch nicht. Sven. Wir haben uns doch schon getroffen. Wird mega geil. Aber wir sagen's nicht. Ja. So sieht das Ganze aus, wenn es jetzt und dekoriert ist, oder? Sven? Jo. Ja, und nachher zeige ich euch mal, wie das Ganze dann dekoriert aussieht. Obwohl ich es doch schon ganz angenehm finde und gemütlich. Wuuu. Baby, ey. Du heiße Ding, du. Ey, du siehst richtig gut aus. Ja, wir machen uns gerade fertig. Wir sind gerade im Hotelzimmer angekommen. Wir werden nämlich heute hier schlafen. Und ich bin dann relativ standardmäßig gekleidet, wie immer. Warte. Und du wieder hier sexy, hexi, weißt du? So. Ja. Cool. Ben ist auch da. Ben ist schon da mit Oma. Und die haben da noch ein bisschen vorbereitet im Jagdhaus. Und dann geht's auch ab. Wollen wir das Bett jetzt gleich rüberstellen? Ja, würde ich sagen. Weil Ben schläft heute nicht bei uns, sondern bei Oma. Die ist nämlich auch hier im Hotel einquartiert. Und dann würde ich sagen, warte mal, ich komme mal zu euch. Warte mal, die gehen nicht. Ja, dann würde ich sagen, ab zur Party. Obwohl, die müssen wir hab auf die Haare machen. Die sieht ja aus, ey. Oh, was. Krass. Ey, das ist ja schön. So, wir sind in der Location angekommen. Wehder. Das sieht ja Hammer aus. Mega, oder? Schöön. Ist das geil? Oder ist das geil? Ey Hammer. Das war die beste Altegüter, als wenn die Ballons war. Nee, die Ballons war schon. Die Ballons war, die wolltest du ja haben. Ja, ja, aber man muss ja gleich sagen, wir hören uns hier und vor. Das war die Ballons war. Es ist aber nett, dass du mir Licht machst. Also ich muss sagen, die ist noch ein Ticken krasser, die Rechte, mit denen. Ja, 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 ja. Auch du, Leben pur. Ich wusste nicht, was ich dann missbekannt, was du voller Wagen bist. Wie im Traum, ich glaub es kaum. Wie immer und ewig in Zeit verholt. Wie immer und ewig in Zeit verholt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020